herzlich willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal heute zum Stadionvlog Frankfurt gegen Darmstadt da nehme ich euch mit ich fahre jetzt los zum Snickers eine Stunde von mir ungefähr wir sehen uns gleich wieder bis gleich wenn es euch natürlich gefällt gerne Däumchen hoch geben ab geht's ja Freunde wir sind jetzt in Frankfurt angekommen schauen wir mal durch Snickers muss hier noch einen Marathon durch den Wald laufen hier ist der Big Mac Verkäufer Wahnsinn Start wir fahren direkt am Stadion einfach noch Marathon durch den Wald latschen Frechheit bin am Arsch auf Snickers seine Empfehlung noch eine Priebe ist ein Bratwurst jetzt geholt schauen wir mal wie die schmeckt so Freunde die Bratwurst war sehr sehr lecker wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion und ja da vorne ist schon Stadion die Bratwurst jetzt das da vorne erst nochmaligmund der wirklich nicht nur das von Prinzien um prince Val 묻ämann разelerin 七o ist und Dasizedel die vier von Wir wollen den Klimawandel und der Deutschland Weiß Deutschland, als die Städte, als die West-Verschein Wir wollen den Klimawandel und der Deutschland Auf geht's! Ja, 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 ja. Applaus Pnu 1 Langsbach Jul Auf Vortrage unsere Nummer 8 3 und 5 Vittel Macht Vollstrekt die Nummer 9 Röntgar Jolvo Lidl Nächstes ausländisch Röntgar Nächstes ausländisch Ja! 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 ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir beide sind raus. Ciao, ciao!